Das Konzert für Samstagabend Wir sind ab Donnerstag am Proben im Sendesaal Das ist die tiefe Zeh, das ist wichtig, weil du bist die Einzige, die das spielst Können wir dich gleich stellen nochmal? Das ist eine Premiere, es wird eine spannende Sache, Sendesaal, ein wunderschöner Saal, klingt ganz toll Das Konzert für Samstagabend Ich hoffe, ihr seid dabei, das ist auf Dreamstage und würde mich freuen, wenn ihr euch da mit einschaltet. Das ist die Reihe, das ist die Reihe. Das Konzert für Samstagabend Das Konzert für Samstagabend